So, so, so YouTube, willkommen zu Geotastic. Was ist Geotastic? Wir werden mitten in der Welt abgesetzt, irgendwo, und werden herausfinden, wo wir sind. Und ja, dafür lassen wir uns unendlich viel Zeit und machen drei Ründchen und ich würde sagen, wir starten rein in Runde 1. Okay, besser. Wir hatten nämlich gerade einen richtig schlechten Startpunkt. Und ich würde sagen, das ist ja ein richtig cooles Fonds in Chile. Ja, irgendwas Historisches, nicht wahr? Und irgendwelche Ausstellungen, Figuren. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir werden mal analysieren, was das hier alles genau sein wird. Wer weiß, kann es ja mal schon schreiben. Würde mich interessieren gerade. Na, aber wahrscheinlich nicht so schön wie eure Zimmer. El Quizon Memory Park. Philippin? Ist das Philippin? Warte mal. Also heute habe ich mit den Flaggen aber echt einen Knick dann in der Optik. Das sieht aus wie die Chile-Flagge. Ja, aber Philippin. Krass. Upsi. Also erst die Samarino-Flagge und jetzt, ich dachte echt, das ist Chile oder so. Na gut, Philippin. Ähm, wo ist denn die Sonne? Im Süden. Also sind wir im Norden. Ja. Würde auf jeden Fall passen. Besser als zu Chile. Okay, und wir sind in irgendeinem Memorial Park in Quetzon. Ähm, Quetzon, Luzon. Äh, ich glaube, das war Quetzon. Oder hier. Mindoro. Oder war das so eine kleine Insel? Ich weiß, da waren wir schon mal. Äh, Kaminguion. Lasi. Und was habt ihr alles so schönes auf der Klassenfahrt gemacht? Weil wir reden hier gerade über die Klassenfahrten. Ihr könnt ja auch mal sagen, was ihr so für Klassenfahrten hattet. Äh, die anderen auch gerne im Chat. Oder ihr in den Kommentaren. Ihr seid natürlich auch immer angesprochen, wenn ich Fragen stelle. Könnt gerne Kommentare zu allem machen. Tauscht mich da sehr gerne mit euch aus. Kommentar auf jeden Fall auch immer wichtig. Quetzon. Oh Mann, ich ver... Wir waren so lange jetzt in den Philippinen nicht, dass ich wieder alles vergessen habe. Das ist so richtig scheiße, nicht? Und mein Kopf ist auch so, du brauchst das Wissen nicht. Ich will ja das für dich löschen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Wissen. Quetzon. Das war doch was richtig Großes, Quetzon. Oh Mann. Was war denn das? Man muss auch echt immer suchen, wo das alles steht, nicht wahr? Wie hießt du denn? Hansama, okay. Polonika, Poro Island, Bantania, Homunhon Island. Aber war Quetzon nicht was richtig, richtig... Warte mal. Äh, ist Quetzon nicht hier mittendrin da? Es wird von Manila überdeckt. Ah, ich hasse das. Nicht? Wenn man das nicht weiß, dann sucht man sich zu Tode, dass Quetzon hier dieses ganze Gebiet ist. Um Manila. Oh Mann. Okay. Haben wir da Wasser? Ich sehe auf jeden Fall Wasser im Norden. Was ist denn das für Wasser? Eine Bucht, die zu Osten hin offen ist. Okay. Central Park. National Museum. National Museum. Das sieht ja doch schon gar nicht so schlecht aus. Wer ist das Ding nochmal? Im Detail. Filipino Heroes Memorial. Wo war denn das andere Schild? Wir hatten hier doch noch ein Schild. Hier. Manuel El Quetzon Memorial Park. Präsident Philippine Commonwealth. Okay, Manuel El Quetzon Park. Okay, das ist alles aufgeschüttet. Und wir sind ein bisschen höher gelegen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht hoch genug, als dass ich das sehen könnte. Nicht, dass wir auf so einer Seite hier sind damit. Aber das Wasser war Richtung Norden nach Osten auf. Nach Norden. Osten. Ja, dann könnten wir eigentlich auch auf der Seite sein. Oder hier oben oder so nachher. Hier werden wir noch ein bisschen anhöhen. Einstein School for Kids. Da müsst ihr mal lernen gehen. Da werdet ihr zum richtigen einen Stein. Oder zum Zweistein. Nicht, dass wir auf so einer Seite sind. Oder da oben oder so. Oder wir sind auf der Seite und sehen nur das Ding. Das kann natürlich auch sein. Die haben hier ja aufgeschüttet. Oder wir sind hier drauf oder so. Und sehen das da drüben. Hier ist zum Beispiel ein Park. Oder das Ding. Quarions am Monte Park. Nee. Und das heißt Manuel. Irgendwas mit P Manuel. Oder so. Love Memorial Park. Eternity Memorial. Vatlam Park. Nee. Marina Club. Alphaland Bad City. Zoo. Das ist das einzige, was so ein bisschen aussieht wie das, was wir haben. Nicht, so ein Kreis. Ding. Ich guck mal, ob wir hier rauskommen. Wir sind mitten im Nirgendwo, nicht? Das ist nicht mitten in der Stadt. Oh Mann. War einer von euch schon mal auf den Philippinen? Und zufällig an diesem Mahnmal? Ja. Okay. Okay, aber das ist wirklich im Nix. Im Park oder so muss das irgendwo sein. Außerhalb. Hm. Führt doch nur die Straße hin. So. Und im Süden ist auch Wasser. Okay. Also wir haben im Süden Wasser. Wir haben eigentlich überall Wasser. Wir können auf sowas hier sein. Was hast du dich besiedelt? In meinen Augen. Wir können an so einem komischen Spot hier irgendwo sein. Wir können aber auch auf sowas hier sein. Ja. Zweite Weltkrieg-Batterien. Golfkurs. South Beach. Okay. Hier ist Coast Beach Investment mitten im Wasser. Sehr gut. Würde aber auch erklären, warum wir höher liegen. Weil wir auf irgendwie sowas sind. Five Finger Cove. Auch interessant. Five Finger. Five Finger. Was sind alles keine Memorial-Dinger hier? View Park. Simsi Beach. Tja. Judy's Park. Wenn es irgendwo anders in den Philippinen ist, bin ich natürlich aufgeschmissen. Nicht wahr? Vielleicht doch auf der Seite. Weil da könnte ich mir vorstellen, dass das hier Quezon Island ist. Tamil Island. Punta. Kiki'ro Punta. Kasalarina Park. View Deck Fly Extreme Adventures Mountain View Camping Site Maple Place Fishing Port Fishing Port Elementary School Hier gibt es ganz viele Grundschulen Kingata Bonggong Okay Haben wir sonst noch irgendwie Quezon Island Vielleicht hier Oma, die sind alle flacher Die sind glaube ich auch alle aufgeschüttet hier Nicht dass es hier so was Vorgelagertes ist Fortune Island Akropolis Wobei hier natürlich Zweite Weltkrieg Sachen Sinn machen würden Wenn hier die Hauptstadt ist, nicht wahr? Gut, dann müssen wir weiterfahren Wir wissen nur, wir haben überall Wasser Vielleicht ist es ja auch wirklich eine komplette Insel Und danach sieht es aus Warum baue ich eine super kleine Insel Mit einer Straße voll Okay Also im Südosten Macht die einen Bogen Und da Dann sind wir hier Oder? Das ist die Dann sind wir irgendwo hier drin Und shit, hier ist nix Eingezeichnet Aber das sieht mir aus Wie die Bergkette da drüben Mount Mavelis So Und in die Richtung Nach Süden Haben wir den Mount Und da ist noch eine Insel Vor uns im Süden Das könnte die sein Cabalo Island Die ist relativ klein Aber wenn ich direkt nach Süden gucke Bin ich auf der Höhe Dann müsste ich ja eigentlich hier stehen Garden of Peace Dann sind wir vielleicht hier irgendwo Philippino Hier, Philippino Heroes Memorial Da ist das Ding Da sind wir Das ist die Straße, die hier rum geht Und wir stehen dort Ja, was anderes kann es nicht mehr sein Äh, das geht nach Norden Ja, finish Haben's 3,94 Meter Holla, die Waldfee Oi, 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 oi Okay Starke Nummer Hat ein bisschen gedauert Das zu finden Aber damit geht's weiter In Runde 2 Ich hoffe, ihr seid noch gespannt Und dabei Und noch nicht eingeschlafen Denn wir haben den Biblo-Bus Wollt ihr Biblo haben? Dann kommt zum Biblo-Bus Bibliotheker und Bibel Alles in einem In diesem schönen Bus Viel Spaß Und hereinspaziert Nehmt euch die Bibel Eine Bibliotheka Ne, ist wahrscheinlich so ein fahrender Bibel- Äh, nicht Bibelbus Oh, guckt mal Der hat sogar eine Karte an der Seite Oh, was für ein starkes Stück Ein Bibelbus Äh, ich meine natürlich Ein Bibliotheker-Bus Oh, grill Mit Karte an der Seite Wie geil Da kann's ja gar nicht laufen, oder? Also Wenn, wenn Geotastic Einem diesen Bus Da vorstellt Der dann auch noch Die Stadt Und die Strecke Daneben hat Dann kann's doch eigentlich Gar nicht mehr Besser laufen, nicht wahr? Okay Jetzt müssen wir nur noch finden Wo das ist Und dann haben wir's Krasse Sache Also das hab ich ja noch nie gesehen Wir haben den Fluss nicht Und der wird irgendwo An dieser Linie fahren Und dann Finden wir das schon raus So, aber also Oh, wo ist der Bus hin? Gib mir meinen Bus wieder Puss Wo bist du? Warum hast du mir das angetan? Ich hab's von einem Bekannten erfahren Du hast ja jetzt einen neuen Bus Oh, Mann Wie bin ich denn eben so Hier Vor dem Bus gekommen LV Punkt LV Latavia Litauen 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 Oder? Litauen So Aber Bibliotheka Klingt halt nicht nach Nach hier Litauen Was wir Können noch LV sein Wo ist denn die Sonne? Die Sonne ist im Süden Also sind wir im Norden Die Häuser Könnten osteuropäisch sein Der Bus hat was für ein Kennzeichen? Gar keins Weil er weg ist Gib mir meinen Bus Europäische Okay Ja, dann würde ich sagen Sind wir da Oh, jetzt die Karte Vielleicht Kaunas Sieht nach Kaunas aus, oder? Obwohl Bisschen zu dick der Fluss Aber macht eigentlich nur Sinn Wenn sowas in Kaunas rumfährt Dann in der Hauptstadt, oder? Aber so richtig Vom Vom Fluss Verlaub würde ich nicht sagen Dass es das ist Weil der müsste ja nach hier Weiter gehen Und der geht nach hier unten Weiter Das passt irgendwie nicht Bellinius Hat keinen Fluss Und ich meine Klein ist der Fluss Auch nicht Riga hier Riga Hier Lettland Lettvalia Aber ich weiß nicht Wie die heißen auf Englisch Aber der Der Fluss passt Der ist richtig Ich hätte jetzt bei Lettland Keinen V mit eingemacht Aber man Das nervt Dass es auf Englisch ist Ähm Okay Aber dann sind wir irgendwo Hier an diesem Fluss Hat leider keinen Standort Direkt eingezeichnet Der wird wahrscheinlich Hier diese ganze Region Abfahren Das heißt Irgendwo in der Region Stehen wir Hilft auf jeden Fall Nicht Wenn wir jetzt Einen Dorfnamen haben Dann haben wir eine Stelle Wo wir suchen können Und dann ist es easy gefunden Und wir sind hier Noch mal an einer guten Straße Äh Und hier ist der Fluss Gleich Ja das passt sogar nicht Der ist im Süden Wahrscheinlich stehen wir sogar In Ogre Weil da Ogre Dran stand Ähm Dann brauche ich gar nicht Weiterfahren Weil hier überall Ogre 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 Dran stand Äh Dann brauchen wir den Straßennamen hier nur Da Die haben sogar Einen Straßennamen Die gönnen mal richtig Da Apogo Iela Apogo Iela Apogo Iela Wir müssen ja Nördlich Von dieser Straße sein Und dann direkt Aufs Wasser Zufahren Und wir haben Büsche Ja Apolo Iela Ähm In welche Richtung Geht unsere Unsere macht So einen Bogen Hier Wie heißt die hier Stirnu Iela Vielleicht ist das Einfache Und unsere macht Ja Eher Nord Süd Also unsere geht Eher so Und dann kommen wir Aufs Wasser Das heißt wir sind Eher hier Stürnu Iela Dosi Dosi Ne Dann passt Das passt wieder Von den Ausrichtungen Nicht Ich mein Gut Vielleicht sind wir Doch noch Im anderen Ort Nicht nur Weil im Bus Ogre dran stand Der kann ja aus Ogre kommen Aber der muss ja Jetzt nicht gerade In Ogre sein Bei Ogre Muss sich jemand Äh Äh Oga Denken Nicht Hier gibt es auf jeden Fall Keine Stirnu Iela Und vor allem Keine Straße Die auf die Große Direkt drauf führt Außer die hier Ist ja auch Eine Autobahn Ich glaube wir sind Auch nicht an der Autobahn Wir sind eher In einer großen Straße hier Vielleicht eher Die hier Macht vielleicht auch Sinn Oh Marioka Dukwenka Sentamis Dachte kurz Levulo Iela Sporta Iela Stadiona Iela Parker Iela Also ich kann mir richtig vorstellen Parkstraße Stadionstraße Sportstraße Riga Straße Man muss ja nicht mehr Die Sprache können Ähm Aber unsere ging ja so Im Kurve Naja das passt nicht ganz Strumus Iela Hier haben wir noch Die haben wieder keine Namen Blöd Okay wir gucken mal Wie die Große heißt Vielleicht kriegen wir das raus Jetzt war ich in die andere Richtung Oder? Ne Die Große heißt Breivibas Iela Die hat gar keinen Namen Auch stark Liquema Iela Okay die ist es nicht Riga Iela Die ist es nicht Carcurs Iela Die ist es auch nicht Wir sind direkt am Wasser Hier ist aber keine Infrastruktur Hier ist wieder keine Große Straße Okay wir müssen herausfinden Wie der Ort heißt Ich dachte Das ist Ogre Und dann hätten wir es gehabt Aber es wäre auch zu einfach gewesen Wir können auch hier unten sein Nicht wir wissen nur Nord Süd Und auf der Seite von Von dem Ding Lackapalos Iela Da sind zu viele Orte Okay wir fahren einmal raus aus dem Ort Aber es ist eine schöne Ecke hier Muss ich sagen Leider auch hier nicht Alte Ähm Ja Gasthöfe Oder sowas Kann mir das richtig gut vorstellen Hier früher Guck mal da ist ein süßer Biber Oder sowas Der stinkt Oh man kann hier sogar Rauffahren Auf den stinkenden Biber Wir wissen aber nicht Was es heißt Oder Ne ist ein Biber Nicht Ist kein Stinktier Es soll wahrscheinlich Irgendwas sein Was mal geduftet hat Wahrscheinlich hat der Irgendwas hier zu essen Noch gehabt Und ja Zum fröhlichen Biber Kann ich mir gut vorstellen Leider geschlossen Wir werden es nie erfahren Stinky Biber Oder Beaver Okay Ist ein bisschen Guck mal Die haben sogar auch Packstation Omniva Apropos Packstation Habt ihr auch Packstation Und nutzt ihr die Weil Ja hier Die Flaggen Jetzt hätte ich es gewusst Äh Weil wir haben so eine Packstation Boah Die Da ist so windig Die wird immer zugeschlagen Wenn man die benutzt Das ist so schlimm Man macht die auf Boom Und da ist immer Wind Das ist so krass Ich mag Packstation Gar nicht Bin ich kein Fan von Weil dann kann ich auch In den Laden gehen Dann brauche ich nicht In die Packstation laufen Ist ein bisschen Größer der Ort Die Frage ist Wie bildet Google Diese Medi Density Ab Ob das schon hier Als grün gilt Oder ob das schon Als grau gilt Und bebaut ist Ein Kreisverkehr Oder sowas Wäre hilfreich Oder was ist denn das hier Eine Kirche Gut Aber das ist nur eine Kirche Einen Ortsnamen Habe ich noch nicht gesehen Ihr Straßennamen Haben wir Hier Suntazi Auf Höhe Suntazi Nach Norden Suntazi Ich sehe Ich sehe Suaresi Ich sehe Saleniki Skrevi Was sind 24 Kilometer Sind Ungefähr der Abstand Von hier nach da So Das heißt Hier auf der Höhe Müsste dann Suntazi Sein Hm Skiverie Suntazi Da Das heißt Wir sind jetzt hier Und er hat es als grün Abgebildet Das heißt Wir waren vorher Vielleicht Ja Wir müssen hier drin sein In Ogre Am Rand Hm Unsere Straße geht Nord-Süd Und führt dann Auf die rauf Beziehungsweise Führt die auf eine rauf Die dann Auf die rauf führt Und nicht mal so weit weg So Hier Wären wir auf der Falschen Seite Gibt es Gibt es auch nicht Und hier können wir nicht Gestartet haben Weil wir schon eine ganze Weile gefahren sind Nicht wahr Dann können wir ja wirklich Nur hier eigentlich Drinnen sein Vielleicht passen die Straßennamen Nicht mehr Und 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 Hallo Torben Hot Ist größer Als Berlin Heißt Irgendwas mit Glar Glar Oder Gia Warte Glar Glar Ähm Tja Achso Du meinst So ein Tazi Heißt auf Deutsch Irgendwas mit Glar Achso Hier Glas Goonies Der wäre hier oben Ja Ah Vielleicht sind wir An diesem Fluss Und Oh Da ist noch ein Ogre Oh Ist das gemein Okay Dann Dann sind wir Vielleicht hier Aber hier ist die Lipo Elela Steigu Weiß schon gar nicht mehr Wie es bei uns hieß Okay Aber vielleicht sind wir Dann hier oben Im Ogre Drinnen Das Und sind hier Lang gefahren Das erklärt auch Warum das die ganze Zeit Häuser gibt Und das geht in die Gleiche Richtung Das ist Echt Echt Fies Styrno Iela Ist das nicht unsere Apugo Iela Styrno Iela Privibas Iela Ja genau Privibas Iela Das ist sie Und Styrno Iela Da stehen wir Boah Ah das ist wieder Äh Typisch Fluss Mit Ogre Fluss Mit einer Stadt Die auch Ogre heißt Äh Wirklich Und der Fluss sah wirklich Größer aus Als der hier Und wir stehen Vom Gaso Vom Gaswerken Ja Gaso Äh Ja Und Ist das die Straße Würde ich sagen Stehen wir hier Finish 3m49 Ja ja So ein Tatsi Hatte ich gefunden Gerade Das hatte ich gefunden Deswegen dachte ich Wir sind hier Und jetzt habe ich halt Dank dir mit dem Klar gesehen Dass wir hier Äh Noch einen Fluss Haben Weil der Der Fluss hier Von der Breite Sah eher aus Wie der Als ich Herangefahren bin Muss ich ehrlich sagen Oder Na gut An der Stelle Ist er breiter Boah Dann will ich gar nicht wissen Wie breit der hier ist Deswegen gibt es auch so wenig Brücken Nicht Weil es super teuer ist Über den rüber zu bauen Das erklärt einiges Da muss der ja richtig breit sein Guck mal Zwei Brücken Stellt euch mal vor Ihr seid Radfahrer Und ihr macht eine Radtour Und ihr müsst erstmal 80 Kilometer rumfahren Um auf die Seite zu kommen Und wie weit warst du von zu Hause entfernt Oh 20 Meter Aber ich habe eine 100 Kilometer Radtour gemacht Wahrscheinlich gibt es irgendwo Fähren Oder sowas noch Kann ja nicht Hier wird wahrscheinlich irgendwo eine Fähre Oder sowas anlegen Oder Kann ich mir ja nicht vorstellen Dass es so gar nicht irgendwo Möglichkeiten gibt Die eine Brücke hier Auf weiß ich nicht was Nächstes Mal kommst du in der Hauptstadt Erst rüber Hier hinten Das kann es ja nicht sein Die drei Brücken Auf Wie viele Kilometer sind das Auf 100 Ja Boah Okay Auf zu Runde 3 Oha Oha Keep out Ich reiß die Hände hoch Keep out Wir sind raus Wir nehmen natürlich auf jeden Fall Die Hände weg Davon Von dieser wunderschönen Immobilie Wo wir auch nichts klauen wollen von Ich kann mir die Reichtümer Da drin schon richtig vorstellen Da ist ein Keep out Schild Auf jeden Fall super wichtig Ähm Ja Und Achtung vor dem Hund Ah das ist doch Coco Island oder so Ich mein die haben nicht viel Äh Killing Island Das ist doch wieder hier Nicht West Island Wir sind doch hier oben bei Home Island Und stehen hier wahrscheinlich irgendwo Weil ich erkenne den weißen Sandstrand schon Ja wir sind hier direkt vorne dran Aber wir fangen kurz rum Lest we forget Ist sogar australisch hier Zumindest die australische Flagge Home Island Genau Home Island Memorial War Unverkennbar die Insel so langsam Wenn man da ein paar mal war Schon Schon richtig krass Nicht Dass da überhaupt Menschen leben So Ich weiß nicht Ich würde mich da nicht sicher fühlen Würdet ihr euch auf sowas sicher fühlen? Ich glaube nicht Ist unter australischer Kontrolle Oder? Konzel Pulo Coco Willkommen to Home Island Selamat datang Die Home Island Sprechen auch noch indonesisch hier Coco Skilin Island Äh ja Und wir stehen ja direkt am Eingang Von Home Island Am Pier Okay also der Pier ist Wo war der Pier? In welche Richtung? Ich weiß schon gar nicht mehr Nach Norden Ich war Ah ja genau Da nach Westen ist der Pier Okay Norden, Süden, Süden Westen Der Pier ist westlich Das heißt wir stehen hier bei Den Dingern Äh die haben lustigerweise Ein Straßennamensystem Warum auch immer Man für Acht Straßen Ein System hat Und ich habe schon wieder Die Public Toilet gefunden Also da geht einmal ab Da geht einmal ab Und dann kommen wir Und das Wo ist die schräg reingehende Straße? Die fehlt mir Das ist die hier Das ist wirklich eine Straße Zumindest laut Google Ist das eine Straße Na gut Ich werde es akzeptieren Dass das eine Straße sein soll Stehen wir genau da? Wir stehen leicht Äh Die Da Und Wir stehen vor dem Gebäude Also Sogar hier Finish 6 Meter 1 Na gut Kann ich verkraften Home Island Auch wieder besiegt Und damit kommen wir zu den Final Results 18.000 Punkte Wie sollte es auch anders sein? Nicht wahr? Wir waren In den Philippinen 13 Minuten 24 Wir waren in Litauen Äh Lettland 5 Latavia Latvia Deswegen LV Okay Äh 15 Minuten 20 Und wir waren auf Coco Island 3 21 32 Minuten Ich würde sagen Das ist eine faire Runde Und wir sehen uns Zunächst Wieder Wieder